Klatsch, klatsch, klatsch. Ach ja. Äh, wie war das? Na, das kann noch so bleiben. Die müsste ich eigentlich mal zum Lager machen. Da hinten. Zehn davon, zehn davon. Ups. Dafür muss ich aber erstmal noch mal Iron oben holen. Iron, Iron, Iron. Warte mal, das gibt's doch auch jetzt. Vergesst mal, wo die manchen Sachen waren. Fünf davon. Ich war das nicht. Was warst du nicht? Hm? Einen Moment bitte. Please hold the line. Richtig. So. Wupp. Puff, 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 puff. Ach, stimmt. Es ändert der ja nicht raus. Hm. Okay, so ein paar Bahnen sind hier schon oben. Aber jetzt staut sich das Band auch schon nicht mehr. Ja, du hast gewaltig eine Klatsche. Wieso? Ja, das Bild, das du mir geschickt hast. Ja. Hinten, wo man rüberlaufen kann, da hat er gerade ein Bild geschickt. Moment, kann man das von hier sehen? Da hinten, wo man... Es müsste diese Richtung sein. Da, wo die Bäume auf dem Berg sind, war das, ne? Ja. Da hinten baut er, da ist eine Schlucht oder Wasserfall oder was weiß ich, da baut er sich gerade rüber. Jo, easy. Ja. Okay, Kopfhörer haben wir auch schon mal ein bisschen was. Also Bahn. Bahn. So, die kloppen da hinten. Ja, die meckern, weil sie jetzt kein Strom haben. Ja, nix für. Doch, kannst du immer was dafür. Na. Egal, du schneidest einfach mit der Kettensäge was ab, ne? Und dann klatschst du wirklich die Steine weg. Ja. Aber wie du willst die Steine so weg haben. Geht nicht. Das ist so geil, ey. Das ist so behindert. Äh. Das wollte ich. Verbrauch aber noch mal ein paar mehr Platten. Äh. Der falscher Knopf. Mal wieder. Da Logistics. Zwei davon, zwei davon. Mal Welt ausrudern, ey. Äh. Das immer. Und davon jeweils nur einen. Mal doch. Trotz ein paar mehr machen. Oh. Ich hab 1000. Ich kann 1077 Wire herstellen. Lutz. Ja, schön. Und ein paar Koppel. Aber erstmal. Verbinden. Hier hinten. Warte mal. Ne, da müsste ich aber erstmal. Eine Foundation hier ranklatschen. Darüber bauen. Klar. Was hab ich mal wieder nicht? Ganz viel Material. Konkret. Oh, das ist schon laut. Äh. Das ist das. Na vor allem. Die beiden. Verschirnen Konkretgrößen. Also Foundationgrößen. Kosten gleich viel, ne? Ja. Leider ja. So. Dann bauen wir mal da lang. Kann auch durch den Baum bauen, oder? Ja. Egal. Das geht immer. Na ja. Alles klar. Okay, dann würde ich machen. Einmal vier. Plötzlich ziehe ich das Ding mal hier drauf. Dann werde ich die Zusammenführung... Warum schnauze ich das denn hier? Rechergriff. Zusammenführung. Oh, der kommt mit dem Brot zieh nicht in der. Okay. Ah. Kleiner Flieger von oben. Wie mache ich das denn am besten? Oh, die brauche ich doch gar nicht, oder? Äh. Kuh. Das Ding. Hier ist das ja automatisch gerade drauf. Okay. Dann... Ich würde mich nicht wundern, dass man bis dahinten hin kann. Hm? Ich würde mich nicht wundern, dass man bis dahinten hin kann und da weitermachen kann. Mit Sicherheit. Oder nachher stößt das Spiel einfach ab. Oh. Hallo. Ja, ich weiß. Danke für die Nachricht. Dein Strom. Meine Maschine. Weißt du, was ich mal ganz kurz mache? Speichern. Speichern. Speichern ist ein sehr wichtiges Tun hier. Hier ist das echt wichtig, das stimmt. Okay, dann... Das ist halt nicht ganz gerade, aber... Das heißt okay, davon brauche ich die noch. Dafür brauche ich die noch, die noch, die, die, die noch. Ach. Aber erst mal... Jetzt ziehen wir das Ding... Hier hinten. Natürlich. Ja. Ist klar. Ach ja, apropos, da habe ich das Ding ja auch wieder abgerissen. Also, der Wasserfall sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Alter Übertreiber, du. Nein. Doch. Also, der Wasserfall ist, da habe ich das Ding ja auch wieder abgerissen. So, hier hinten... Ja, da brauche ich nochmal Konkret. Ja, da brauche ich nochmal Konkret. 20. Dann die Frontations. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. De Déjà-vu. Du bist mal rein. Du bist mal rein. Das Ding bauen wir dann. Mal drehen. Hm. Wie machen wir das denn am besten? So, ne? Zack. Ja. Ja. Zack aus. Äh, halfway. Ach, halfway. Ja. Wir versuchen den Industry noch zu είναι. der baum hat einfach 5 biofuel fressen aber plus 188 holt turm hoch noch so eine locktower ja weil gerade wegen platzieren von unten ist eine Sache ist voll geil von oben ne weil wenn du das dann platzierst und dann versuchst den so anzupassen dass das nicht scheiße aussieht ich glaube das funktioniert aber auch anders gerade nicht so wirklich noch kein platz mal gucken wie lange ah jetzt nehme ich schaden ja ja so komm das geht sieht nicht so kacke aus sieht kacke aus nicht muss den tower hier aber eh wieder abreißen das war jetzt nur dafür zum gucken ja aber das ist der vorteil man kann abreißen und wieder material hast du wieder vollem ja so wie du schon sagst man kriegt ja alles wieder ok das ding kann ich setzen trotzdem brauchen wir wahrscheinlich noch mehr von denen plates das sollte jetzt reichen ich will diesen scheiß baum weil der nervt abreißen schrauben du bist ein judas du bist ein judas die schrauben kabel ich hätte mal add to list machen sollen vergisst man ab und zu mal ja aber machst du auch selten ne ja allgemein ok ich brauch erstmal wieder eisen von da oben von da oben kommt das eisen ihr wisst das schon das unfair ist mit drei von euch zu spielen ne kein strom mehr hier oben naja ok wer will haben warte mal angeschlossen 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 doch ich habe doch angeschlossen da oben das verrate ich dir nicht Mutterfettsack, Mama Ich bin tot Durch Mamafettsack Hallo, ich spiel zuhause Mamafettsack hat mich geboxt zu hart So, ich musste das neu wieder verkabeln, dass das funktioniert Weiß ich nicht wer, kann ich dir nicht sagen Keine Ahnung, das war bei mir Könnte auch hinten bei mir gewesen sein Ne, bei mir hat der Qualm hier aufgehört Okay, jetzt zieht er zu viel Warte mal, ich mach das ganz einfach Ich schließe immer noch vier Maschinen pro Ding an Ja, ja Wie findet man zu wenig Nahrung Bist du dir nicht, ja Jetzt geht's Was ist denn das, gute Nacht? Ich hab eben Overclocker reingesteckt Durch das Starten ist halt, dass er auf der gleichen Linie war und deswegen ist er wieder ausgegangen Er startet, zieht er mehr Energie und dann geht er wieder runter jetzt Gut, aber die Overclocker kann ja drin bleiben Passt schon Das kann man sogar essen, das Zeug R&D has repurposed a common engineering tool, which assist you in your defense against the local line Oder was kann man essen? Ah, the blueprint is now accessible in the hub Wir brauchen den jetzt Nein Kann doch noch nicht Okay Ah, da ist die Mama Kurba Libra schon wieder Du bist gestorben und bei mir ist er aus dem Craftingfeld rausgesprungen Läuft Geil Also so ein klein bisschen buggy ist das noch, aber das ist kein Problem Das ist nicht schlimm Und wieder dahin Ich Ich kann einfach nur meine Sachen nehmen sollen und gehen sollen Eigentlich Aber das bist typisch du Typisch Flash Behindert Behindert Ob nix gesagt Das hast du jetzt nicht zugemacht Das hast du nichts mehr gesagt Nein Würde ich nie machen Du Behindert Ja, bringt aber zwei Herzen komplett zum Pilz, ne? Und ich weiß, wo massenweise hier sind Okay Okay Und es ist noch ein bisschen so Ich sag mal buggy, du kannst aber Einfach mehr essen als dein Herz Ja, das hab ich auch schon gesehen gehabt Musst du nicht sagen, okay, hier ist Nijende Gelände Nijende Gelände Nijende Gelände Du bist auch so ein Nijende Gelände Nijende Gelände Du bist kacke im Kopf Oh ja Oh ja Gib da wenigstens zu Warum nicht? Keine Ahnung Weiß ich ja Sehr schön Ich hatte es noch für dich Na guck Ja guck Mit Flash Ich hab eine in der Marmel Boah Irgendwann sind da Ist ja nicht so, dass ich noch weiterkunden will Ich merke das schon Also ich bin jetzt Irgendwie beim Wasser Ich frage mich, ob der schwimmen kann Ja, kann er Das kann er Aber volle Muss das nicht langsamer stinken in den gleichen Klamotten Ist egal Ist egal Ich merke das schon Schwimmen kann er Das wird Das wird eher ein Spiel Ganz geil Ich hab doch gerade gesagt, er kann schwimmen Ich hab's ja jetzt erst gesehen Ja Du Clockwork, du Der Codecopter Aber wir brauchen ja von den Pilzen zwei Alter Nein Was denn? Der Feuerspucke, den gibt's nochmal einen megagroßen Was denkst du denn? Ich hab den gerade gesehen Wenn schon das andere Feu in groß geht Äh, äh, äh Bei mir hat's gerade geleckt Mach da nicht so viel Dass du noch weiter weg rennst Ich glaub, da dran liegt das nämlich Momentan Deswegen heißt das wahrscheinlich auch Dass man das ruhig versuchen kann Genau Aber viel Spaß beim Absturz Wahrscheinlich, dementsprechend Speicher mal Was denkst du, was ich gerade eben gemacht habe? Wohm, hast du so auf ne Taste rumgekloppt? Nö, mir ist die Family nun runtergefahren gerade Bin dagegen gekommen Und mir liegt doch direkt neben mir gerade Nein, kein Fugel So So Töp 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 Hör cũng ais Aber Erstmal Immer da Es wird es geil wenn man diese Büsche ausräumen kann Wer mitnehmen kann Okay, dann Und ja Erstmal das andere machen Es ist zu geil Das erste mal wenn du die Kettensäge startest Guck dir das richtig erstmal an Nice Dann wird sie gestartet tschüss baum ja aus der foundation raus geholt weil ich die da reingebaut hab